Tane Schafatschik, 31, kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Anfang des Jahres haben die Comedian und Juliette Schopmann, 43, ihre Liebe offiziell gemacht, und das auf unkonventionelle Art und Weise. Immerhin haben die zwei ihre Beziehung mit Hochzeitsfotos der beiden bestätigt. Seitdem schweben die beiden Turteltauben auf Wolke 7 und teilen ihre Gefühle inzwischen gerne mit ihren Followern. Tane findet nun liebevolle Worte für ihre Ehefrau. Im Rahmen ihres Podcasts Fühlvergnügen gewähren Tane und Juliette einen Einblick in ihr gut gehütetes Privatleben. Darin sprechen die Stand-up-Komikerin und die einstige DSDS-Kandidatin unter anderem auch offen über ihre gemeinsame Beziehung. Vor allem Tane verrät in der aktuellen Folge, wie vernaht sie in ihre Ehefrau ist. Ich bin dein größter Fan. Ich weiß nicht, wie ich ohne dich existiert habe. Weiter plaudert die 31-Jährige aus, dass sie das Gefühl habe, ihre Angetraute schon ewig zu kennen. Und das, obwohl die zwei noch gar nicht so lange gemeinsam durchs Leben gehen. Wir sind noch gar nicht so lange zusammen, haben aber sofort den Sack zugemacht, erzählt Tane in der neuen Podcast-Folge weiter. Wir sind noch gar nicht so lange verdadeение. Wir sind noch gar nicht so lange aktiv, wie wir das letzte Mal entstanden haben. Wir sind noch gar nicht einfach wie wir es eine Worte mehr weiß. Untertitelung des ZDF, 2020